Wo kommen die denn jetzt alle her? Greif da mal die Scheiße an! Die macht das alles unnötig! Die ich hier nicht damit sehe. Ich habe einen Knopf auf. Eine Worte. Wer ist das zu schnauben? Es gibt viele Unterhörungen. Alle da, das hart. Ich bin hier ganz sicher. Ich kann mich nicht übersehen? Ich bin hier. Ob die mit Bergfestung die Tempel meinen? Nimm die sind ja orange Ich kann ja jetzt ja wieder die angreifen Also zerstör erstmal den Tempel dort Ich hoffe, bitte, nur das Nein, ich muss noch irgendwas anderes zerstören Dort nach oben geht's noch lang Scheint ja nicht Ach, was soll ich denn bitte schon noch alles zerstören hier? Alter! Bởi ich erinnere nicht die quienes sehen sich Also, diese Bergfestung, oder was? Wenn ja, dann hole ich jetzt nur die schwere Schaf... äh, Feuerlanzen. Wird eine schon irgendwo in Held? Ach ja, da sind die Beinen. A hero has fallen. Die haben ja sehr lange überlebt. Die Armee ist plötzlich wieder verschwunden. Ah, verdammt. Und es ist noch Level 2, ey. Ich kann sowas verstehen, wenn es Level 5 oder so ist. Ist das aber Level 2 so schwer, in Anführungsstrichen? Einfach, das ist ein Fehler, oder... Die haben es wirklich so aufgestellt. Das ist mir eigentlich relativ jetzt egal. Ich greife mit die schon wieder an. Wie viel könnt ihr gleich mitkommen? Puh. Alter. Puh. 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 Ja, natürlich. Und die sind leer. Ach, leck doch die Henne. Ich hab ja keine andere Wahl. Und wo ist dieser Terrakotta-Soldat? Wo sind wir abgeblieben? Aber die machen einen guten Damage. Schöpfe, die kommen jetzt nicht hierher? Gut. Und wo ist jetzt dieser Terrakotta-Soldat abgeblieben? Der ist für Nahrung zuständig. Wieso steht der da? Und da muss doch ungünstig das Gold... Oh, ich bin da so selten gämlich. Den habe ich total übersehen. So lange er das hier nicht baut. Ja, ja. Ja, ja. Das war's für heute. Ich bin bereit, Kwan-Gung. Ja, Kwan-Gung. Sie geht mir jetzt gerade langsam auf den Sack. F, ja. Wie viel? 54. Ich habe beide Helden auch gut. Ja, ja, ist doch gut, Mann. Das wären fünf... Hä? Ach, da ist der. Verstehe. Das ist doch scheiße. Sieben. Wäre hier diese Scheiße nicht passiert, dann wäre ich bestimmt jetzt schon lange durch mit diesem Spiel. Also mit diesem Level, meinte ich. Der ganze Plan ist ruiniert. Seitdem sie die Kacke hier angegriffen haben. Ach, das ist alles allgemein ein Schreien. So, noch zwei. Fünfzehnten müsste eigentlich reichen. Noch zwei. Dann habe ich wenigstens erstmal genügend... Folgen. Ha, ha, ha. Beheilung! Bitte, nun... Ich möchte nur das zerstören. Ja, schon mal fünf. Ja! Der Gebirgsstürfunk wurde zerstört. Schießtemper muss ganz in der Nähe sein. Schaut, da oben in dem Himmel. Ha, geil. Der Tempel! Er wurde vollkommen zerstört! Ich hoffe, dass G es da Leben rausgeschafft hat. Wir müssen ihn finden. Nein, das ist doch... Okay. Also, wo ich dann... Das Dorfzeiten so zerstört hat. Und wo dann ich gehört habe, ich habe gewonnen. Habe ich für mich ge... Habe ich dem Moment gedacht, oh nee, oder? Aber gut. Alter Schwede. Von unten. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dann zugesehen habt. Und dann sind wir uns zunächst mal beim dritten Level von unten. Dann sage ich schon nach Ciao mit V. Komm mal hier.